Das war ein sehr steiniger Weg am Anfang. Wir haben immer gesagt, wenn das schief geht, schlafen wir morgen unter der Brücke. Das Schöne an meinem Beruf sind sicherlich die Orte, an denen ich arbeiten darf. Die Atemtechnik ist die Grundlage für das Leben im Gleisgewicht. Das ist ein Forschungsprojekt für mich selbst. Jeder Tag ist anders. Bei uns.